Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft TNT One. Und ich gucke auch schon direkt los. Ich laufe ja normalerweise immer zum Rand, aber... Ja, ich leck grad ein bisschen. Warum, weiß ich nicht. Mein Trick ist es immer, sohne Reihen hier zu laufen, weil... Weil wir einfach am sichersten sind und damit kann man recht gut Zeit schenden. Ist jetzt nur eine ganz spontane Aufnahme, weil ich einfach mal wieder Bock habe, TNT One zu spielen. Und da ich im Moment nicht so viel Zeit habe, nehme ich normalerweise immer aufwendig GAME. Außer ich spiele sowas wie Skyrim, aber das geht ja nicht. Charm, Charm. Alter, ne? Ja, in TNT One kann man so richtig gut seine Jumpspills verbessern. Das ist richtig übel. Also, ich find's geil. Und, bald wird hier von dem Server auch noch... Nein! Nein! Blitz Survival Games kommt. Darauf freu ich mich ja auch schon besonders. Dort nehm ich auch mit einer anderen Person auf, die wahrscheinlich auch bei Blitz Player wird. Und ich rede jetzt nicht von Jonas. Falls ihr euch die Person gerade angesprochen fühlt, die kann ich ja mal in die Kommentare schreiben. Aber erstmal sind wir hier bei TNT One und die ersten sterben hier schon. Das ist ganz gut, weil... Gutheit. Gutheit. Genau. Gute Heiden, schlechte Heiden. Hahaha. Oh, hier haben wir hier noch ne riesen Fläche zum rumlaufen. Das ist ganz nice, weil... Nein, verpiss dich. Fuck. Naja, egal. Wir haben hier ja noch so genug. Und da ich ja ein Jump-O-One-Skiller bin, passt das schon in Klammern, sich selber wichtig fühlen. Nein! Egal. So. Vielleicht haben wir... Wenn ich dieses Mal in der... In dieser Runde hier erst mal schauen. Auf jeden Fall ist der Hypixel-Server extrem geil. Gibt es ja noch so ein neues TNT-Game. Und zwar TNT Wizard, aber... Ich verstehe das irgendwie voll nicht. Dort hat man so Hose und mit denen soll man so schießen und... Keine Ahnung. Es macht mir jedenfalls keinen Spaß und davon werden auch keine Videos kommen. Vielleicht wenn ich... Ne, das sag ich noch nicht. Das ist noch, ähm... Auch noch ein Projekt, das strengstens geheim ist. Das ist wiederum auch mit einem anderen Let's Play. Und ich bin gerade rausgefallen. Moment. Ähm... Zwei Minuten. Gut, dann will ich ja jetzt einfach mal einen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zu TNT1. Diesmal in einer etwas kleineren Map, aber... Dafür sind hier ja mehrere Etagen. Und es geht schon direkt los. Und ich habe einen Tank der Schnelligkeit. Nice. Den kann man sich hier für 30 Coins kaufen. Das habe ich einfach mal gemacht, weil ich über... Keine Ahnung. Ich glaube ich habe über 200 Coins oder so. Auf jeden Fall kann man hier jetzt viel besser springen. Wow. Okay, außer man ist so ein Kack-Noob wie ich. Ja gut, okay. Aber das ist auch was anderes. Ach ja, und übrigens das rechts. Das sind nicht die Coins, die man insgesamt hat. Sondern das sind die Coins, die man in dieser Runde hat. Das hat mich am Anfang auch etwas irritiert. Boah. Kommt dies nur mir so vor oder hängt es dort ein kleines bisschen? Nein. Nein. Okay, ich bin auf jeden Fall einer der schlechtesten hier. Dafür... Es nehmen noch neun Spieler. Overpowered for the win. Mal ganz schnell gelesen. Keiner Name. Alter, der hätte mich feiner runtergekickt. Oh nein. Ich dachte ich wäre einer der ersten... Äh, der letzten der ganz oben ist. Bin ich eigentlich recht oft, aber das ist nicht ganz so schlau, weil... Weil man dann... Wenn man dann irgendwann runterfällt, dann fällt man meistens mehrere Etagen. Und das ist nicht gut. Dann würde ich jetzt zum Beispiel freiwillig runterfallen und dafür kann ich diese Etage voll und ganz ausnutzen. Weil hier ja noch so viel Fläche ist. So einfach in der Mitte. Ist ganz geil. Sechs von zwölf noch. Ah, Alter. Ich bin so ein mieser Spieler. Nein! Okay, letzte Ebene. Noch vier Spieler leben. Ich glaube ich bin der... Ja, ich bin der Erste der hier unten ist. Egal. Mal schauen. Ich hoffe ich überlebe. Was mich auf jeden Fall extrem aufregt, sind die ganzen Cuts, die ich hier machen muss. Weil das stresst schon extrem immer alles Audacity speichern. Und außerdem war ich gerade voll gleich am One-Throw. Oh Mann, ey. Alter, ich gewinne! Zwei Leute noch! Oh Gott! Bitte fall runter! Oh, Alter! Die Blöcke verschwinden! Ja! Gewonnen! Geil! Wuhu! Nice! Wuhu! Good game, Alter! Yeah! Wuhu! So sieht übrigens hier die Lobby aus. Aber das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Aber dort habe ich euch ja schon vorhin erzählt. Jedenfalls. Das hier ist noch der Shop. Ach egal. Eh. Ne, 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 ne. Das ist alles, alles, alles noch geheim. Gut. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Ähm. Drei Minuten haben wir aufgenommen. Eine Runde hänge ich noch dahinter. Bis gleich. Wir kommen zurück zum dritten Teil. Und wir starten hier direkt durch. Noch vier Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Go! Und dieses Mal ohne Speedtank, weil der in dieser Runde aufgebraucht ist. Und jetzt fallen auch schon die Blöcke. Oh Gott. Sind jetzt schon Leute runtergefallen? Ich glaube nicht, weil ich glaube, das wären die Overloser. Okay, jetzt werden sie... Ja, dort fallen sie langsam. Stimmt's? Alter, es sind eigentlich schon recht viele unten. Das sind die, die ein Jump'n' One-Dex drauf haben. Aber ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. oder arrogant wirken. Aber ich möchte schon sagen, dass ich ein bisschen Jump'n' One drauf habe. Weil ich meine, ich bleibe recht lange oben. Seht ihr, ich bin einer der... Ich glaube der dritte... Ne, der vierte hier oben. Und die... Und ich lebe noch. Okay. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass die jetzt tot vor dem Bildschirm oder so sitzen. Aber... Ja. Okay. Ich bin wieder witzig. Ja. Auch mal geil, wenn die so mit Elektrostö... Ich bin ja auch... Ich bin ja auch schlau. Wenn die so mit Elektrostößen so noch ein bisschen nehmen. So eine Skelette. Na, nein. Ist nicht lustig. Auf jeden Fall sterben hier jetzt schon die Ersten und ich bin in der dritten Ebene. Was natürlich scheiße ist, wenn man hier AFK ist. Oder wenn man eine batteriebetriebene Tastatur hat und die dann irgendwie ausgeht. Das wäre auch nicht so geil. Oder noch besser wäre das bei einer Maus. Aber da ich... Nein! Ja gut, okay. Zwölf Coins habe ich wieder dazu geerntet. Und... Ich gucke mal kurz, wie lange das war. Ähm... Zwei Minuten. Gut jetzt. Ähm... Zwei mal drei. Ja, müssten so ungefähr acht Minuten sein. Mit Intro und allem. So. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten TNT One Video. Oder einfach bei Jockbox. Oder bei Hunger Games. Oder bei irgendeinem anderen Format. Das bestimmt noch kommen wird. Ich hoffe es hat euch gefallen. Euer Let's Game Product.